Welcome back Ladies and Gentlemen, ich bin SalvePsycho, ich bin wieder am Start mit einer weitere Runde Ghost Exile. Wir sind heute im, oder am Dwarft Lake. Ich dachte mir, ihr seht das so gerne, wenn ich unter meinen Farmhäusern leiden muss, deswegen dachte ich mir, gut, nehmen wir einfach mal eins. Schauen wir mal, wir müssen unser Ritual natürlich in Geisterkind, ganz klar. Dann müssen wir ein Active sein in den Lieblingsraum des Geistes sprayen. Wir brauchen einen Motion Sensor. Und wir müssen eine Protective sein, auch noch in den Geisterraum packen, alles klar. Und er muss eine Kerze ausbladen. Das klingt alles irgendwie entspannt, irgendwie machbar. Ich nehme jetzt wieder, du, 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 dich mit, dich mit, hey, und dich mit. Nice man. Wir befinden uns heute nicht im Madman Modus, denn ich habe nicht mehr alles an Equipment und ich finde, es macht dann erst wieder richtig Spaß, wenn wir alles an Equipment reinpacken können. Dann gibt es wieder Madman. Bis dahin wird jetzt gefarmt. Oder würde ich sagen, jetzt erst mal Geisterkennen. Und diese Flasche, ich weiß nicht wieso, doch die ist gefühlt immer am Boden. Ach ja, ganz vergessen, wir sollten vielleicht auch hier mal ein bisschen durchsuchen. Wir brauchen wie immer kein Feuerzeug mehr. Glück ist es zu. Hallo, hallo. Okay. Und wir brauchen auch sonst nichts mehr. Okay, das war jetzt easy. Wir haben Elizabeth Brown. Breaker ist hier. Check. Upp, let's go. Wo, ähm, wo ist der Beule? Das ist jetzt, ah, okay, im Badezimmer. Oh, das Klöchchen, ähm. Mhm. Schauen wir mal, ob wir irgendwo irgendwas finden. Hier steht noch alles von der Bärchen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo dagegen stoßen. Das ist dann teilweise ein bisschen schwierig. Wir können ja auch die Gegenstände runterwerfen. Dass wir eine Active Sign brauchen. Könnte natürlich auch drauf deuten, dass vielleicht der Geist ein bisschen inaktiver ist. Wenn es ganz ein bisschen lustiger wird, eine Active Sign. Und alter Vater, ladies and gentlemen. Ich habe im Stream Ghost Exile gezockt. Und ich dachte mir, ich sehe nicht mehr richtig. Ich bin verreckt. Geister relativ früh angefangen zu jagen. Dachte ich mir, ja, okay, gut. Warte auf 70 Prozent oder sowas. Dann starte ich neue Runde. Geh ins Haus rein. Was ist? Der Geist jagt direkt, als ich reingegangen bin. Weil ich hatte vielleicht maximal zwei Prozent oder sowas verloren. Direkt... Oh mein Gott. Was zum... Freezing. Tschüss, Junge. Das war übel. Alter, hat es mich gerissen. Tut mir leid, dass wir nur nach oben geschaut haben. Ich hätte für euch gerne nach unten geschaut. Aber Alter, hat es mich gerissen. Warte. Erstmal aufnehmen. Hallo? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Okay. Wo bist du? Ah, das ist ein Jumpscare. Wie alt bist du? Ich bin fertig. Aber wir haben auf jeden Fall Freezing. Hier hören wir erstmal nichts. Wie alt bist du? Wir droppen gerne das Equipment hier. E-MF 5, okay. Ich bin... Das war asozial. Das war richtig asozial. Alter, Vater. Wir haben uns leider nicht genau erkennen können, was es für ein Event war. Weil ich meine Maus verrissen habe und nach oben geschaut habe. Ich habe irgendwie meine Maus verrissen und auf Tab gedrückt. Ich weiß nicht mal, wie ich auf Tab drücken konnte. Das macht mein kleiner Finger, aber den bewege ich eigentlich nicht dahin. Ach ja, nicht Escape. Okay, Freezing. E-MF 5. Du weg. Du weg. Du weg. Du weg. Du weg. Du weg. Ah ne, du nicht. Du weg. Ne. Laser Projection kommt weg. Okay. Dann schauen wir jetzt mal, dass wir Ghost Rating kriegen. Das war verdammt asozial. Und jetzt, ganz ehrlich, jetzt nehme ich erstmal ein Kruzifix mit. Tschüss, Junge. Das war... Ich sag nichts. Ich sag nichts. Motion Sensor brauchen wir noch in Kerze. Was war jetzt nochmal der Motion Sensor? Du jetzt... Motion and Road Sensor. Ah, okay. Das ist jetzt mit Dingen, was wir eigentlich nicht brauchen. Na gut. Wir bringen es mal rein. Da muss eigentlich nur durchgehen. Aber gut. Motion Sensor, Bewegungssensor. Hätte ich auch drauf kommen können. Ich verwechsel das teilweise noch mit den Dots. Scheiße, mit dem Geist los, ey. Man kann es übertreiben. Das war auf jeden Fall richtig asozial. Okay. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach. Ah, wir passieren das jetzt erstmal. Hier. Oh, finde ich auch. Okay. Buch wird gedroppt. Oh mal. Hier ist nichts. Da ist auch bloß jetzt noch nichts. Hier ist auch noch nichts. Dann droppen wir es wieder hier. Where are you? Where are you? Hier, dann haben wir noch Freezing. Where are you? Aber ich habe es schon gehört. Freezing hat man scheinbar überall. Das ist nervig. Da ist nichts. Where are you? Auch nichts. Where are you? Okay, können wir ausklammern. Dann bin ich beim Ghostwriting. Müssen wir jetzt mal schauen. In der Sitz haben wir hier noch nichts. Was bist du für ein Buch? Ich kenne hier nicht. Gut. Hier ist noch nichts. Droppen wir das Ganze mal da rein. Okay. Und fertig. Wir müssen noch schauen, ob wir das Bücherbot finden. Dann können wir natürlich sein Geisterraum am besten herausfinden. Das ist in der Regel eine Schlafzimmer. Und dann müssen wir eigentlich nach oben. Unten haben wir keine Schlafzimmer. Okay. Das ist auf jeden Fall abgehakt. Schauen wir mal. Ob hier irgendwo ein Featureboard ist. In der Regel ist das ganz gerne hier neben dem Bett. Hier ist erstmal alles clear. Und sonst haben wir hier nichts. Nö. Da er gerade hier durchläuft, droppen wir hier das Buch. Jetzt habe ich schwitzige Hände. Das ist echter Krampf. Okay. Wir gehen damit ganz runter. Ich will jetzt nicht hier im Geisterraum sein, während wir mit dem Bücherbot spielen. Na, das kannst du vergessen. Es ist halt irgendwie paradox, dass wir jetzt eine Active-Sign und eine Protektive-Sign in der Geisterraum packen müssen durch die Quests. Aber, hey. Okay. Wir sind da oben im EMF. So. Where is your favorite room? You. All the way. Okay. Dann du ganz schnell raus. Unsere Sanity ist jetzt gerade gedroppt. Deswegen müssen wir natürlich aufpassen. Wir werden das Video-Programm verwendet. Ihr kennt das. Damit es eng. Okay. Aber upper hallway. Das ist ja eigentlich der Bereich hier. Also der komplette. Deswegen packe ich hier jetzt einfach mal das Ganze hin. Hör auf mit dem Scheiß. Wo kommst du? Aha. Gehst du weg? Okay. Okay. Einmal hat es geknuspert. So. Hier ist das Büchlein. Hier werden wir jetzt auch nochmal mit dem Gerät reden. Der Gerät. Schneidet schweißfrei. Where are you? Are you here? Where are you? Gut, dass man mich nicht nicht hat. Er ist nicht mal Pirate, die man im Spiegel nicht sieht und mich halt mal auf der Box nicht. Okay. Das ist crazy. Gut. Also bis jetzt fehlt uns einmal noch der letzte Beweis. Und das ist jetzt gerade ein bisschen nervig. Interessant ist, dass er sie erst von unten kam. Das ist auf jeden Fall spannend. Okay. Tür auf. Let's go. Schauen wir mal. Wenn es blöd läuft, müssen wir den Geist anhand des... Ja. Anhand von zwei Beweisen erkennen. Meiling oder Jim. Schauen wir mal. Im Ging. Angel spiritiert. Relief abtun. Der Habitat. Und are incredibly hostly towards. Also praktisch. Er ist, äh. Er macht ein elektrische Spielchen. Sprich mit dem Breaker. Oder mit dem Licht. Und ist territorial. Er lingt mal. Lin. Was? Ist der most communicative. Communicative ghost. Und will try to draw your attention by all means. Ist das jetzt auf das Event bezogen? Weil normalerweise wäre ich jetzt eher beim Gin. Wenn wir jetzt aber einen Gin auswählen und das falsche Ritual vollziehen, dann haben wir ein Problem. Ähm, okay. Dann machen wir jetzt erstmal das hier und das hier. Wir brauchen noch unseren letzten Beweis. Warte, jetzt schauen wir mal hier. Du, du, Upper Hallway. Ja, ist das komplette Ding jetzt hier. Da hatten wir alles. Upper Barroom, Boys. Ja. Das ist ein Lieblingsraum. Da, wenn wir jetzt beide Siegeln hin platzieren. Und schauen wir mal, was abgeht. Wie gesagt, ich finde es interessant, dass er von uns ist. Der Breaker ist schon wieder aus. Sollte natürlich erstmal auf den Tinnen. So, und wir machen hier nochmal den Boiler an. Oh, den haben wir vorhin vergessen. Das ist auf jeden Fall crazy. Ich finde es sehr, sehr crazy. Okay, Büchlein ist beschrieben. Sehr schön. Evidence. Da haben wir Ghostwriting. Gin. Azalore. Okay, dann Herze. Bup. Und hier ist er sein Lieblingsraum. Raum vor allem. Deswegen. Bup. Und Bup. Und ich glaube, ich habe... Ja, ich weiß es gar nicht. Ich habe hier zwei Sprays dabei. Ich werde auf jeden Fall, wenn wir das Ritual vollziehen, hier unten sein. Hier ist ein Schrank. Ja, dann werde ich hier das Ritual vollziehen. Alles gleich hin. Dann... Du bist gedroppt. Ich packen wir auch erstmal hier hin. Wir schauen mal, ob das gezählt hat. Normalerweise ist das ja oben sein Lieblingsraum. Wir haben das Video-Bot befragt. Und es hat gezählt, wir haben alle Quests. Wir können eine perfekte Runde schaffen. Deswegen. Jetzt nur keinen Fehler machen und nicht sterben. Azalore. Azalore, besser gesagt. Azalore ist das hier. Das wird gelockt. Dann brauchen wir Seth. Und dafür brauchen wir drei Ritualkerzen und eine Runde von Odala. Okay. Die Ritualkerzen nehmen wir schon mal mit. Die Runde von Odala weiß ich nicht, welche das ist. So, Bup. Ob das linke oder rechte ist. Ähm. Dann das andere Spray. Und auch das letzte Kurzfix. So. Jetzt sind wir vorbereitet. Jetzt kann es gleich abgehen. Nehmen wir dann EMF. So. Ich platziere jetzt erstmal hier. Und... Was haben wir gesagt? Azala... Ne, Seth. Seth war das Ganze. Hoffe ich. Aber ich glaube schon, ja. Der EMF war es nicht. Aber es war Seth. So. Bup. Genau. Hier brauchen wir die drei Kerzen. Warte. Können wir ja schon mal platzieren. Eins, zwei, drei. Und das ist die lange fischige Runde. Äh, Runde. Runde. Okay. Okay. Auf geht's. Bin wir noch fertig von dem Jumpscare. So. Du. Dich brauchen wir. Dich brauchen wir. Leider brauchen wir. Ähm. Sonst haben wir alles. Sonst haben wir alles. Okay. Brutzig wirks natürlich in die Hand und dann kann es losgehen. Und dann gehen wir erstmal ganz schnell nach oben. Die Uhr schlägt wieder. Gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay. Wie heißt das? Elizabeth Brown. Elizabeth Brown. Nein. Elizabeth Brown. Jetzt haben wir nearly popped down. Und dann gehen wir erstmal ganz schnell nach oben. Tutututututu. Wir haben es ja nicht eilig. Nein. Lass dir Zeit. Close. Close. Was mir aufgefallen ist, das bringt gar nichts, wenn gerade jetzt mehr mehrere Leute sind. Alle einfach nur die ganze Zeit close schreien. Man merkt das immer. Immer wie dieses Dongen kommt. Dann wird das Close akzeptiert und dann hat es eine Wirkung. Alle anderen Closes. Aber sonst würdet ihr die ganze Zeit Dong-Dodododong machen. Deswegen. Da müsst ihr euch jetzt... Gehst du weg? Gehst du weg? Du mich auch. Okay. Jetzt müssen wir Gas geben. Der Geist ist also zählt. Der Gott commande dich. Jetzt müssen wir Gas geben. Der Geist ist... Der mag uns nicht. Weiß die Kirche des Gott. Wir betrachten dir, Gott. Okay. Es ist ganz gut, dass wir kein Portal haben jetzt in letzter Zeit. Wir wollen nicht deinen dunklen Serpant. Wir wollen nicht deinen dunklen Serpant. Keine Portale. Das ist sehr gut. Das spart uns so viel Zeit. Ich habe es gerade noch gesagt. Ja, ich weiß. Wir nehmen jetzt aber erstmal das zweite Kruzifix mit. Denn, ne? Wir müssen jetzt einmal durch den Duch, dass wir eine Charge fressen. Aber das ist okay. Okay. Close. 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 Wir hätten vielleicht einfach noch mehr Protektive Signs machen sollen. Wäre es sinnvoller gewesen, ja, jetzt wird es ein bisschen eng. Mir ist noch eine Chance, wenn er danach jagt, wird es eng. Man kann ja während der Jagd nicht weitermachen, das ist auf jeden Fall nicht. Elizabeth Brown. Das war jetzt eigentlich nur geraten, ob sie wirklich noch Brown heißt. In dem Namen der Gott, komm her! Ich werde sie jetzt hier abwehren, ich will es einfach nur schnitt durchziehen. Komm her, Missy. Okay, das war ja meine letzte Charge. In dem Namen der Gott, komm her! Bamm, Junge, das war aber richtig close. Wir haben alle Charges gebraucht, hätten wir ein, zwei weniger gehabt. Wer ist eng gewesen? Ja, gut. Easy win. Ich finde es aber auch ganz gut, dass man nicht während der Jagd weiter exerzieren kann, weil sonst... Das wäre aber schon cool, wenn du siehst, dass der Geist auf dich zugelaufen kommt, und du weißt, okay, jetzt müssen die Worte der Wetter stimmen, und dann wird es nicht angenommen. Das wäre auf jeden Fall ein richtig geiler Schocker. Okay, also wir haben das Ritual, wir haben den Geist erkannt, dann würde ich sagen, wir düsen ab. Easy. Wobei, so easy war es gar nicht. Und dieser eine Schocker, der hat mich aus dem Leben rasiert. Ey, Wahnsinn. 1014 Erfahrungspunkte. 355 Dollar. Ich bin happy. Ich hoffe, ihr seid es auch. Auch Ladies and Gentlemen, Ghost Exile-Runden sind ein bisschen kürzer, aber... Ja gut, sollten die zu kurz sein. Können wir in Zukunft zweier sein. Aber ich finde, 15 Minuten ist eine angenehme Länge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.